So, wie spät haben wir es denn jetzt? Ich kann es nicht lesen. Es sind 0.10 Uhr ungefähr. 0.10 Uhr. Ja, ich bin voll geschehen. Oder ich bin ein Fächer, soll ich ein Fächer sein? Die Moods ist die Einzige, die hier immer wieder top gestylt ist. Und wir natürlich sind hier mega gestylt. Wir haben den Kopf in der Brille. Wir haben den Kopf in der Brille. Jetzt fehlt noch der Mundschuss. Ich muss mir auch mal zeigen. Ich muss mir anders sehen. Also, wenn morgen Yuki nicht von uns begeistert ist, weiß ich auch nicht. Gizzy, wie war das Konzert? Moment. Also, das Konzert war sehr lustig. Rico hat sich nicht ausgezogen. Nichts. Betonung auf nichts. Sie waren süß wie immer, lustig wie immer. Man konnte wieder viel tanzen. Das ist schön, das ist schön. Gizzy kennen wir ja schon, oder? Stell dich mal vor, bitte. Das ist wie ich vorstelle. Ja, das ist viel möglich. Also, wir brauchen dein Alter, deinen Namen. Einer Frau nicht nach ihrem Alter. Ein Mann. Ein Mann. Ich hab's schon gesagt. Ich hab's schon gesagt. Ich hab's schon gesagt. Von der Seite hat's... Ich find, wenn man sie von der Seite anguckt, hat sie ein bisschen was von Hermine. Manchmal. Ja. Ne? Ne? Scheiße. Ich hab's schon gesagt. Ich hab's schon gesagt. Also, das ist die Hermine Granger. Hermine. Wie hast du denn hier was davon, ne? Hermine. Hermine. Das ist jetzt die Hermine. Die macht uns die Brillen wieder ganz. und das mit Oculus Röpfarus. Hahahaha. Wann doch hier leidens. Hahahaha. Wieso? Hahahaha. 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 Das ist ganz schön. Ich werde hier rausgeschlossen, weil wir denken, wie wir die Häuser sind. So, äh. Hermine ist bei uns wieder. Genau, die zaubert uns zurück. Gut, ganz scharf wieder. Und natürlich, ich hab's die. Die Nasen ist noch kein. Hahahaha. Ich hab's gesagt, die Nasen, nicht die Nasenlöcher. Halt jemand in die Nasenlöcher zu, oder die Nasenlöcher? Doch, das ging mit den Nasenlöchern. Ja, das ging mit den Nasenlöchern. Ich hab wenstige, wenstige Nasenlöcher. So, und wen haben wir jetzt auf das Bild drauf, wenn ich riesig von mir selbst schieße? Moment, Moment. Mutzu, Mutzu, erzähl uns was, erzähl uns was. Was soll ich erzählen? Weiß ich nicht, erzähl uns was. Wir sind jetzt riesig. Ja, die stehen dir aber. Sieht cool aus. Das kann ich jetzt nicht erraten, wenn du's nicht gesagt hast. Wir lieben die Brillen. Irgendwie, ich hab's nicht mit meinem Kopf hochhalten. Sieht echt nerdig damit aus, wo sie mal sagen. Ich weiß nicht warum. Ich hab's gesagt, dass ich hier wieder stehe, oder? Ja, also, das ist gruselig hier von Brillenmodellen. Brillenmodellen. Ich hab's gesagt, das kommt mir zu schmal vor. Ich hab's gesehen, wo lang's nicht fällt. Ich fühl's scheiße. Du machst, ähm, Brillenmodellen jetzt zu übergrößen, ne? Für Riesenhals. Steht jetzt super. Okay. Das ist richtig. 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 Das sieht echt mopsig aus, wenn du das so kennst. Das ist richtig. Mach nur mal, bitte. Mach nur mal. Das ist mopsig aus. Das ist mopsig aus. Sieht an die Nase. Das ist nur das so. Das sieht aus. Also süß. Jetzt fehlt nur noch dieser Bart. Was ist das eigentlich für ein Bart? Dieser, dieser Kringelbart? Dieser, ähm... Hitlerbart? Nein. So, jetzt sind wir bei dem Punkt einkommen, wo wir das Video nicht mehr hochladen. Nein, nein. Dieser komische Pringelsbart. Dieser Miyabibart. Dieser Snowbart. Dieser Snowbart. Ach so. Was hat das? Was hat das? Was ist das? Wenn du Spawnier bist, dann macht man das. Ich hab auch keinen. Aber du hast da ne Kette irgendwie auch davon? Ne, hab ich nicht. Weil... Nicht? Ah, ja. Ach so, da. Hier hast du schon mich auch. Das gibt's immer alles dran. Aber ich find das mit dem dran hängt voll hässlich, weil da hängt dann dieses Band einfach mit. Hahaha. Ich hab jetzt auch noch so ein Miyabi-Bart. Das ist morgen. Warte, schau. Warte, schau. Kann ich das nicht? Warte, das kann ich auch. Ja, richtig, wir haben ja noch lange. Oh, nein. Okay. Oh. Ist das schön? Haha, nur das ist so schmierig. Oh, das ist gut. Oh, du kannst das mit deiner, mit deiner Prümer-Kanntheit zu ihmzen. Ist das nicht so gewesen? Haha, nur das ist so schmierig. Ja, ich überreiche die Brille mal, weil ich mich an Hermine besonders dumm bin. Du, Hermine? Ich bitte. Hermine darf jetzt mal die I love you key Brille. Oh mein Gott, das geht voll gut. Du siehst aus wie ein alter Chineser. Hahaha. Das mit dem bisschen bescheuert ich jetzt aus. Ich hab mich auch noch nicht selbst gesehen. Das ist halt hoch. Sehr schön. Also mach jetzt ein Foto. Ich mach jetzt ein Foto. Erstmal alle Foto. Hahaha. Was ich eigentlich in dem Video erzählen wollte, ist, dass wir neue Trinks ausprobiert haben. Oh ja. Das ist jetzt unsere Auswertung. Oreo schmeckt am besten finde ich richtig. Ich auch. Monique, hier kann es schmecken am besten. Sorry. Danach ist Oreo und dann geht es mir. Der ist ein Foto. Er hat der bleibt jetzt auf der Strecke, würde ich sagen. Aber wenn die erste Stückchen nicht, würde ich es lecker finden. Aber ich mag es halt nicht so wie ein Stückchen. Na, das macht so eine. Ich mag auch viele Stücke. Hier war ein, ähm... Was war das? Muffin? Echt? Eher ein Brownie. Ein Brownie. Mit Schoko. Schokoladig. 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 Und das ist der Herr, der uns gerade die Unterkunft bietet. Bis 5 Uhr morgen. Das brauchen wir nicht mal. Aber die waren mit dabei. Fresh up. Sagt er uns. Fresh up. Schokoladig. Warum seid ihr jetzt alle so cool und habt ihr jetzt aus dem Kopf jetzt? Weiß ich nicht. Ich mach da jetzt auch mal Angst. Okay. Wir machen jetzt hier mal einen Stopp. Stopp. Bye-bye.